die Uhr Leute wie kommt zu einem neuen Video auf meinen Kanal alt können Leute und zwar zwar Freunde ich muss euch heute mal was erzählen ich bin gerade auf dem Turnierpunkt die nächste Leute und zwar bald ist diese Info und zwar und zwar ich habe was mitbekommen heute Leute das jetzt jemand mir gepostet mir wurde ich bin hier ich bin hier Supporter auf den Server Leute und zwar bald vor bei einem Netzwerk zu machen Leute zwar habe ich dann das vor Netzwerk zu machen Leute weil es war immer viele viele Leute ich hab das wirklich vor weil es war so cool Leute war nur auf dem Trier also ich hab hier Ultimate Leute weil das Premium Plus aber das heißt so kriegt man immer ich muss auch mal warten Leute ich muss mir das mal angucken gibt es neue Plage und zwar Freunde Leute ich gehe mal auf mein sucht ist etwas cooles und zwar Freunde hier ich gehe mal auf Kuchen ich krieg Echse nochmal neue Tonne ich guck mal ob das immer noch geht es geht immer noch es geht immer noch Leute wenn man mal jedes mal deutschland geht es immer weil Leute es ist gestern jemand bei mir ausgeratet ich durfte den Tuchladen weil sonst hätte ich ja eher bekommen und strike wäre ja nicht schön Leute aber es wäre mir auch egal wie es wäre etwas runter Leute und zwar Leute es wäre richtig dumm gewesen Leute wenn ich jetzt strike hätte dann hätte ich Probleme gehabt weil strike ist zum Beispiel Leute mein Content Bereich ist zum Beispiel wie saufen und so Leute nicht saufen sondern mein Gott gucken und so Content Bereich schreibt man immer hallo wie 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 geht es es oh ich stehe so also mir geht es gut mir geht es gut mir geht es gut so und wie geht es euch so ich ich schreibe zu scheiße so f f mal freudschaftsverfahren schickt aber so es war es mit dem video leute ich wollte euch einfach nur sagen leute da ist ja bald mein microsoft server gibt leute wird so toll werden so was ganz kurz rauschen Hi! Hör ich mich noch, ey? Leider. Hör ich mich noch, ey? Hör ich mich noch, ey?